Business Process Management Erfolgsgeheimnis moderner Unternehmen. Darum geht es im Computerwoche Webcast Smart Workflow. Wir beschäftigen uns jetzt seit 2009 mit dem Thema BPM-S, die BPM-Systeme der neuen Generation. Und werde jetzt ein bisschen was aus den Erfahrungen der Projekte, aus den Erfahrungen von unseren Kunden, von den Unternehmen, die Ihnen berichten zum Thema BPM. Unser Thema ist der Smart Workflow, ist Business Process Management als Basis für ein modernes Unternehmen. Verbesserung der Transparenz, Qualitätsverbesserung im Servicebereich oder auch die Einbindung von externen Partnern über Unternehmensgrenzen hinweg. Wir teilen diese Themen gerne in drei Bereiche ein. Das ist Effizienz, Effektivität und Flexibilität. Und ich möchte jetzt einfach aus jedem dieser Bereiche ein Beispiel rausnehmen. In einem sind sich aber alle Kunden, mit denen wir die Gespräche geführt haben, oder auch Interessenten gemein, die sagen, und das ist auch unsere Meinung, das Thema Geschäftsprozessmanagement ist der wesentliche Treiber, der Schlüsselfaktor, um Kosten zu senken, das heißt, um Kostenvorteile zu sichern. Melden Sie sich jetzt an!